Ich gehe. Und der Counter wurde aktiviert. Genau, dafür brauchen wir ihn. Du fühlst wie ein schwarzer Wind durch dich durchführt. Und so lassen wir ihn wieder auf Level 1 gesetzt. Okay, alles klar. Sacred Ground. Okay, okay. Oh mein... Was? Was? Bitte, was? Und ich dachte, die letzte Höhle wäre schwer. Oh Gott. Das kann was werden. Okay. Ja. Also quasi, es ist jetzt durchgespielt, aber... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Gut. Ihr könnt jetzt eigentlich ausschalten. Außer ihr wollt noch sehen, wie ich hier jede Menge... Wie ich hier nicht mehr reden kann. Und wie ich hier total oft sterbe. Dann könnt ihr gerne weiter gucken. Ansonsten... Was? Okay. Besser 5 als sterben. Wusstest du, dass die Hexenfrau Jenker einst einen Bruder hatte? Sein Name war Balos. Genau wie seine Schwester hatte er Kräfte, die weit hinter... Weit stärker waren... Nein, weit jenseits der Sterblichen. So. Ja, das wurde uns schon vorher gesagt. Okay, hier ist... Raketen möchte ich damit auffüllen. Die Musik ist irgendwie cool. Hm. Moment. Ich muss mal eben mal lauter an meinem Headset machen. Ah, jetzt sind die Dinger untergefallen. Egal. 20 Sekunden schon. Mal sehen, wie lange wir brauchen. Äh. Da... Äh. Äh. Nein! Da war ein Herzcontainer. Den möchte ich haben. Hm. 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 Okay. Mach mal. Ich hab keine Ahnung, was mich erwartet. Ich muss einfach... Das ein paar Mal versuchen. So. Hier und das. So. Wunderbar. Ohne getroffen zu werden. Das fängt gut an. Ich bin lernfähig. Man sieht es. Level up. Gut. Dann. Hier. Irgendwie. Ohne zu viel zu verschwenden. So. Ich möchte hier rein. Ich möchte hier rein. Hallo. Kann ich da nicht rein? Äh. Oh, die Curly. Habt ihr das gesehen? Hinter... Neben der Tür. Wie ist die hier runtergekommen? Egal. Okay. Ich muss mir etwas von meinem Booster dafür aufheben. Ja. Ich... Ich spüre den schwarzen Wind. So. Nein. Das war zu wenig. Okay. Ich muss mir hier genau einteilen, wann ich den Booster benutze. Sonst komme ich hier einfach nicht durch. Uff. Das kann was werden. Oh. Sorry. Ich glaube, ich habe gerade ziemlich ins Mikrofon gepustet. Das wollte ich nicht. Mhm. Sacred Grounds. Das habe ich... Nein! Ich... Ich weiß nicht. Soll ich auf den kleinen Stacheln zwischenlanden? Ich meine, ich habe es ja gerade auch geschafft, ohne inzwischen zu landen. Nämlich zwar 5 Schaden, aber das ist besser als... 127 Schaden zu nehmen. Hm. Mal sehen. Ich versuche es erstmal noch so weiter. Nein, das war... Nein. Das war zu viel Booster verbraucht. Hm. Hm. Das kann ja noch was werden. Aber jetzt bin ich so weit, jetzt will ich das auch durchspielen. Garantiert. Egal, wie lange ich brauche. Ich schaffe das heute noch. So. Mehr. Oh. Nein. Oh Gott. Das war knapp. Das war sowas von knapp. Gott. Hm. Aber diesmal kriege ich nichts mehr über Ball ausgesagt. Gut. Na egal. Was soll's. Das war, glaube ich, schon zu viel verbraucht. Nein. Ah, verdammt. Falsche Taste. Ich wollte eigentlich nur schießen. Gut. Nein. Ich hab nichts mehr vom Booster übrig. Verdammt. Nochmal. Immerhin. So weit komme ich. Ich weiß, dass ich da nach rechts boosten muss, um mir die Lebenskapsel zu holen. Und dann kann ich nämlich da unten lang boosten. Hoffentlich. Gut. So ein bisschen hier verbrauchen. Ein bisschen hier und oben. Gut. Dann nochmal Raketen auffüllen. Hiermit. Und. Oh Gott. Na, das war vielleicht wieder schon zu viel verbraucht. Jawohl. Lebenskapsel. Die Kristalle sind mir jetzt egal. Hm. Oh, ich hab's geschafft. Er hat seine magischen Kräfte dafür benutzt, Menschen zu helfen und sie zu führen. Und die Menschen haben ihn geliebt und ihm vertraut. Sogar. Sie haben ihm sogar mehr vertraut als ihrem eigenen König. Okay. Oh. Und wir haben ihren Körper mit unserem verbunden. Mit dem Seil. Ja. Wir nehmen Curly wieder mit. Wir können sie nicht einfach hier liegen lassen. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh. Was zum. Oh Gott. Engel. Kann ich sie überhaupt treffen? Okay. Äh. Wie komm ich hier durch, ohne mich treffen zu lassen? Hm. Okay. Noch mehr Engel. Die sind viel zu schnell. Warum machen... Wollen sie mich... Okay. Es sind... Hallo. Was ist jetzt los? Zehn Schaden macht so ein Block. Okay. Ich darf mich nicht treffen lassen. Dann lieber von den Engeln. Oh Gott. Das wird verdammt knapp. Ich möchte aber nicht hier... Ah. Der eifersüchtige König hat... Hatte... Er ließ Ballos festnehmen und in Gefängnis werfen. Wo sein... So eine Bestrafung brutal und erbarmungslos war. Menschen können sehr furchtbare Kreaturen sein. Der arme Ballos. Nein! Der arme Coach. Er ist schon wieder gestorben. Wie lang geht das bitte? Okay. Nochmal. Mhm. Mhm. Counter activated. Okay. Versuchen wir es nochmal. Irgendwie muss das doch machbar sein. So. Hier ein bisschen. Da ein bisschen. Nein. 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 Okay. Hm. Okay. Versuchen wir es nochmal. Aber irgendwie... Das hier ist... Zwar... Irgendwie frustrierend, weil es total schwer ist. Aber es ist nicht so frustrierend, dass ich denke... Boah, was ist denn das für ein scheiß Spiel? Es ist so frustrierend, dass ich denke... Boah, stelle ich mir das ein bisschen besser an. Weil... Es ist schwer, aber es ist nicht unfair schwer. Es ist machbar schwer. Weil... Ich weiß nicht. Ich kann es nicht besser beschreiben. Es ist halt so... Das Spiel ist nicht unfair. Es ist einfach nur schwer. Und das finde ich gut. Sowas mag ich. Selbst wenn ich jetzt hier tausendmal sterben werde. Das ist cool. So. Nochmal. Ah, ah, ah. Blab. Blab. So. Nein, 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 nein. Ah. Komm schon. Komm schon. So. Gestorben. Noch einmal. Noch fünf Minuten, dann mache ich einen Schnitt. Dann müsst ihr das nicht weiter mit ansehen. Wobei, wahrscheinlich werdet ihr euch das sowieso weiter mit ansehen, weil ich dann auch noch weitermache. Ich bin gerade so motiviert, das bis zum Ende durchzuspielen und mehr Barbaros herauszufinden. Aber... Schon wieder gestorben. Gut. Ähm. Hm. Und ich dachte echt, die letzte geheime Höhle wäre schwer gewesen. Aber irgendwie war die letzte geheime Höhle frustrierender, weil dann überall diese blöden Fehlermäuse waren mit die Sprungviecher. Und das hier ist... Hm. Meine eigene Dummheit. Ich muss hier halt nur den Booster richtig einteilen. Irgendwie. Werde ich das denn mal lernen? Nein. Nein. Ja. Gut. Speichern nochmal. Ist mir egal. Das ändert sowieso jetzt nichts mehr daran. So. Alle Waffen wieder auf Level 1. Wunderbar. Nicht. Aber... Was? Wieso hatte ich kein Booster mehr? Hm. Komm schon. Ja. Nochmal. Ich darf auch nicht dazwischenlanden. Ich brauche alles für den Raum, wo die Steine runterkommen. Sonst... Ih. Sterbe ich da. So. So, 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 so. Noch einmal. Ah. Gut. Geschafft. Wunderbar. 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 Rakete. Na gut, dass sie mir keinen Schaden machen, wenn ich direkt da im Feuer drin stehe. So. Das war, glaube ich, ein bisschen zu viel. Aber das werde ich jetzt gleich sehen. So. Ja. Gut. Es war noch genug Lebenskapsel. Hm. Runter und... Ja. Oh. Na gut. Fünf Schaden. Besser als nichts. Besser als zu sterben. Dafür sind wahrscheinlich da die kleinen Stacheln und nicht mehr die großen. Okay. Alles klar. Schnell bevor die Engel kommen. Ich mag euch nicht. Engel sollten doch lieb sein. Warum greift ihr mich an? Boah. Vor allem so viele. Okay. Sorry Leute, ich kann gerade wieder nicht so viel reden. Ich muss mich hier konzentrieren, damit ich mich nicht von den Blöcken treffen lasse. Oh, geh runter. Oh. Gut. Durch die extreme Cruelty, durch die extreme Unbarmherzigkeit der Folter, sind letztendlich Balors magische Fertigkeiten wild geworden. Der König wurde in einem Wirbelsturm der Magie eingeschlossen und in einem Augenblick zerstört. In einer einzelnen Nacht wurde das Königreich, das Balors so geliebt hat, zu äschernden Ruinen reduziert. Hm. Curly, fuck yeah. Hallo? Ey, wie geil ist das denn? Sie hat ebenfalls Nemesis. Yeah. Okay, das ist cool. Das gefällt mir. Ich möchte die Herzen haben. Gut. Ha, okay. Das ist sehr schön. Das gefällt mir doch. Das sind Pressen und Engel. Das sind die Herzen. Hm, kommen jetzt unendlich viele. Okay, dann renne ich hier einfach durch. Hm, er kann schießen. Aua. Neun Schaden, was zum... Wow, wo ist der Engel? So, du gehst kaputt, bitte. Kann ich euch zerstören? Hoffentlich, ja. Geh auf. Fünf. Oh Gott, das explodiert, das explodiert. Gut. Ja. Gut, wenigstens kommen jetzt hier nicht mehr von überall Engel. Wobei, da oben sieht es so aus, als würden da Engel runterkommen. Ja, ich wusste es doch. Da unten sind Stacheln, was? Ey, kommt schon, Leute. Nein, ich bin tot. Oh Gott, wie soll ich das schaffen? Jetzt muss ich... Oh nein. Okay. Ah. Ich mach hier einen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. Wünscht mir Glück. Ich mach hier einen Schnitt. Vielen Dank.